Musik Mein Name ist Christine Göhl, ich bin hier im Mare die Sport- und Spa-Managerin. Das heißt, ich mache die sportliche Leitung, bin also verantwortlich für die Trainingsfläche. Wir starten mit einem Body-Edge-Test. Bei diesem Test wird das biologische Alter ermittelt. Hierbei werden verschiedene Tests gemacht. Es wird der Blutdruck gemessen, die Beweglichkeit, die Kraft, aber auch die Körperzusammensetzung, das Gewicht und die Ausdauerleistung. Anhand dieser Daten können wir den Ausgangszustand des Mitglieds ermitteln und können daraufhin den Trainingsplan aufbauen. Es ist so, dass wir mit sehr fortschrittlichen und auch sehr modernen Trainingsmethoden arbeiten. Wir haben zum Beispiel einen Milon-Zirkel. Der Milon-Zirkel ist ein Kraft-Ausdauertraining, bei dem man in 34 Minuten den ganzen Körper trainiert. Der Zirkel besteht aus sechs Kraftgeräten, der die Hauptmuskelgruppen trainiert und zwei Ausdauergeräten, wo man also die Ausdauer trainiert. Geregelt wird das Training über eine Wassersäule. Wenn die Wassersäule sprudelt, trainiert man. Wenn sie still steht, wechselt man das Gerät. Das Training ist außerdem Chipkarten gesteuert. Das heißt, auf der Chipkarte werden die Geräteeinstellungen und auch die Trainingsgewichte gespeichert. Bei jedem Training, wo man dann die Chipkarte benutzt, stellt sich das Gerät dann automatisch auf den Benutzer ein. Und somit werden dann auch falsche Geräteeinstellungen oder aber auch falsche Bewegungsabläufe so gut wie vermieden. Das Besondere an dem Trainingszirkel ist, dass die ganzen Trainingsdaten EDV-technisch erfasst werden. Diese Daten können wir dann gemeinsam mit dem Mitglied in einem Trainertermin auswerten, können gucken, was hat er die letzten drei Monate gemacht, wie hat er sich entwickelt. Und können diese Daten dann auch nehmen und dann den Trainingsplan optimieren und daraufhin auch weiter aufbauen. Unser umfangreiches Betreuungssystem kann man natürlich auch noch ergänzen, indem man zusätzliche Trainingsstunden buchen kann in Form von Personal Training. Das Personal Training ist eine intensive 1 zu 1 Betreuung, bei der man gemeinsam mit dem Trainer über einen gewissen Zeitraum trainiert und somit natürlich schneller zu seinen Erfolgen kommt. Wir in Mare arbeiten mit einer modernen Methode des Personal Trainings, mit dem sogenannten Elektrostimulationstraining. Bei diesem Training wird ein von außen elektrischer Impuls an den Muskel weitergeleitet. Hierbei wird durch den Impuls auch die tiefer liegende Muskulatur trainiert, was das Training natürlich viel effektiver macht als das herkömmliche Fitnesstraining. Die Kurse sind eine sinnvolle Ergänzung zum Fitnesstraining, weil hier das Training in der Gruppe und auch der Spaß im Vordergrund steht. Das heißt also, hier ist die Motivation mehr gegeben als beim Fitnesstraining. Die Kurse unterteilen sich auch hier in mehr Kraft- und Ausdauerkurse. Zu einem Kräftigungskurs gehört zum Beispiel ein Langhantel-Workout, bei dem man mit Gewichten und mit einer sogenannten Langhantel den Körper kräftigt, formt und festigt. Zu einem Ausdauerkurs zählt zum Beispiel eher ein Spinning-Kurs auf speziellen Spinning-Rädern. Das Training erfolgt unter Musik und unter Anleitung vom Trainer, der einen dann sozusagen zu Höchstleistungen motiviert. Durch die regelmäßige Bewegung wird der Stoffwechsel aktiviert, der Alterungsprozess kann verlangsamt werden und die Ausdauerleistung wird verbessert.